Willkommen beim Quiz-Extrem. 10 Fragen je Folge, ansteigende Schwierigkeit je Folge, heute anspruchsvoll. Antworten, wenn ihr glaubt sie zu wissen, in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Quiz. Welches Land hat die meisten Olympischen Spiele ausgerichtet? Welche berühmte mathematische Konstante entspricht ungefähr 3,14159? Welcher Komponist schrieb die Musik zu die vier Jahreszeiten? Welches Land hat die höchste Anzahl an Nobelpreisträgern? Welcher deutsche Physiker entdeckte die Röntgenstrahlung? Wer war der erste Mensch im Weltraum? Welche Religion hat die höchste Anzahl an Anhängern weltweit? Welcher Maler schuf das berühmte Gemälde Diegburg der Venus? Wer schrieb das Buch 1984? Welches war das erste Land, das eine Verfassung eingeführt hat? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim Quiz-Extrem.